Versöhnung Hallo und herzlich willkommen zur Vorschau für unseren Gottesdienst. Diesmal zu dem Thema Vergebung. Wie oft muss ich vergeben, kann ich vergeben, geht das überhaupt? Es ist gar nicht so einfach, aber wir versuchen dem auf die Spur zu kommen und ich lade euch herzlich ein in der Kirche am Dienstag um 20 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017